So, herzlich willkommen. Ich möchte noch zum Thema mehrdimensionalen Integration ein paar Beispielaufgaben rechnen. Wir haben ja schon zwei explizit gerechnet und jetzt habe ich hier noch so ein paar, die von der gleichen Struktur sind, ein bisschen anderes Vorgehen vielleicht aufweisen, aber im Prinzip einfache Übungsaufgaben sind. Also das Thema ist immer noch mehrdimensionalen Integration und die Aufgabe 3 seht ihr hier schon formuliert. Und es geht um eine Menge g, die wir skizzieren wollen. Das ist das Erste, was ich gleich machen werde. Und dann geht es wieder darum, ein zweidimensionales Integral zu lösen. Also wir rechnen das Integral wieder über dieses Gebiet g und die Funktion hängt hier von zwei Variablen ab. Also im Prinzip das gleiche Vorgehen wie auch bei Aufgabe 1. Okay, aber fangen wir erstmal mit der Skizze an. Ja, also die Menge g ist hier definiert über zwei, drei Ungleichungen. Ja, also wie man sie wieder umschreiben möchte. Vielleicht machen wir das auch mal wieder so wie vorher auch. Wir schreiben die Ungleichung nochmal in eine andere Form. Ja, so xy aus R2. Das lassen wir kurz weg. Okay, so fangen wir mal aus mit dem x an. x liegt jetzt im Intervall 0 bis 2. Ja, das ist direkt, was diese Ungleichung sagt. Na, und y liegt auch in einem Intervall, aber abhängig von x. Ja, das heißt, das ist wieder so zu lesen wie für festes x aus dem Intervall liegt y in dem Intervall. Und das ist so eine, ja, so eine verallgemeinerte Rechteckstruktur wieder, die uns hilft, den Satz von Mourini anzuwenden. Das heißt, die Form von g ist schon mal wunderbar, dass wir es integrieren können. Jetzt geht es nur darum, sich noch vor ein Bild zu machen, also wirklich eine Skizze hinzuzeichnen, dass wir ungefähr sehen, was eigentlich das Gebiet ist, was wir integrieren. So, x läuft von 0 bis 2. Ja, so können wir hier die 0 markieren. Vielleicht nehmen wir da mal eine passende Farbe. Also hier ist die 0 von dem Intervall und da ist das Intervallende mit der 2. Okay, y läuft von 0 bis x². Na ja, x², das wäre, wenn hier das gleiche Zeichen stehen würde, ist das genau die Normalparabel als Funktionsgraph. Und den können wir natürlich hier auch skizzenmäßig als Parabel einzeichnen. Ja, also bis zu dieser 2. Wo gemerkt, das wäre dann bei y gleich 4. Ja, das schreibe ich jetzt nicht da dran, aber das sollte klar sein. Hier ist der y-Wert gleich 4. Und na ja, y liegt jetzt von 0, liegt im Intervall 0 bis x². Das heißt, alles unterhalb von dieser Normalparabel gehört zu g. Ja, das ist ja genau, was diese Ungleichung auch sagt. Und das ist schon alles, was wir eigentlich jetzt an Informationen hineingesteckt haben. Und unser Gebiet g ist nun hier diese graphierte Fläche. Ja, auch wieder mit dem Rand. Ja, weil der Rand liegt in den Ungleichungen dazu. So, also ein relativ einfaches Gebiet. Auch von der Form schon so, dass wir, wenn wir wissen wie, den Satz von Hobini anwenden können. Und das ist, was wir jetzt in Teil b auch machen möchten. Also das hier können wir vielleicht auch mal wieder ihnen. Also das ist das 2-Dimensional-Integral. Und das berechnen wir jetzt. Ja, wir schreiben es vielleicht noch mal explizit hin. Ja, also wir haben jetzt hier dieses g. Und die Funktion hängt von x und y ab. Und wir haben ein 2-Dimensionales Integral. So, und wir wissen vom Satz von Hobini, wir können das auf 1-Dimensional-Integrale zurückführen. Wenn wir das Gebiet entsprechend, ja, als kathetisches Produkt gegeben haben, haben wir, wie gesagt, nicht ganz. Aber in x-Richtung haben wir nur feste Werte 0 bis 2. Deswegen bietet es sich an, erst in y-Richtung zu integrieren und dann am Ende in x-Richtung. Ja, also haben wir hier 0 bis 2 und hier in y-Richtung 0 bis x². Das ist ja genau das, was wir von der y-Richtung eben wussten. Oh ja, die Funktion bleibt gleich, aber das hier ist die Integration nach y. Und das ist die Integration nach x. Also zuerst nach y integrieren, dann nach x. Okay, aber man sieht schon, das ist eigentlich ein relativ simples, ein-Dimensionales Integral. Ja, wir integrieren die Wöpfel, also die Stammfunktion ist hier wirklich ganz simpel. Die schreiben wir vielleicht noch mal explizit auf. Also x² mal y, der erste Teil. Und das andere ist ein Drittel y hoch 3. Ja, und jetzt kommen die Grenzen ins Spiel. Da schreibt man am besten wieder y gleich, ja, Untergrenze 0, y gleich der x². Nur damit auch klar ist, dass wir hier y ersetzen wollen mit diesen Grenzen. Und x immer noch als gebundene Variable hier so bleiben muss. Nicht, dass das zur Verwechslung führt. Ja gut, aber wenn wir jetzt y einsetzen, dann haben wir hier ein Integral, was nur noch von x abhängt. Na ja, da haben wir x hoch 4, das ist die Obergrenze. Und ein Drittel, na ja, hier haben wir x² hoch 3, also x hoch 6. Ja, das auch noch mal geklammert. Und dx. Ja, okay. Auch das ist ein einfaches Integral. Auch das möchte ich noch mal explizit hinschreiben. Also wir haben ein Fünftel x hoch 5 plus, so jetzt kommt das ein Drittel, ja, und ein Siebtel x hoch 7. Also 3 mal 7. Ja, und das auch in den Grenzen. So, jetzt kann man das x auch noch dazuschreiben, obwohl es jetzt nicht mehr zur Verwechslung führen kann. Mache ich es trotzdem noch. x gleich 0, x gleich 2 sind die Grenzen. Und wenn wir die einsetzen, ja, die Untergrenze ist sowieso 0, also haben wir nur die obere Grenze mit ein Fünftel mal 2 hoch 5 plus, ja, das waren ein Einundzwanzigstel und 2 hoch 7. Okay, das kann man jetzt vielleicht noch auf einen Nenner bringen, das ist jetzt keine schwierige Rechnung. Das ist das, das ist das Endergebnis. Also wir haben da 1.312 Hundertfünfte als Endergebnis. Ja, wenn man das, das ist ungefähr 12,5, wenn man da so ein bisschen Anschauung hineinbekommen muss. Aber das ist das Endergebnis zu dieser doch relativ einfachen Aufgabe im Vergleich zu den anderen.